Bitte, liebe Gemeinde, und willkommen zu Herzsteine von Hannah Jansen aus dem Jahr 2012. Es geht in dieser ungewöhnlichen Familiengeschichte um ein schweres Erbe und darum, wie alle Beteiligten damit zu leben lernen. Mit dabei sind der Teenager Sam, der mit seiner sehr ruhigen Mutter Fee oder Felicitas und seinem orthopädischen Vater eigentlich in Hamburg lebt, aber nicht mehr lange. Ihr lernt auf Sylt die etwa gleichaltrige Anna kennen und die ist, naja, anders. Das sind die vier wichtigsten Figuren, natürlich gibt es noch andere. Wenn ihr das Buch in die Hand nehmt, werdet ihr merken, dass es zwei Schriftarten gibt. Denn die Story um Sam und seine Eltern und Anna wird immer wieder von einer zweiten Geschichte unterbrochen, die erst nach und nach Sinn ergibt. Und das sind die Erinnerungen von seiner Mutter, die sie für Sam aufschreibt. In unserer To-Go-Version kommt jetzt nicht jeder Wechsel vor, ich fasse das halt zusammen, okay? Los geht's. Na toll, jetzt sitzen wir hier auf dieser Insel in einem gemieteten Haus, aber ich will nicht aus Hamburg weg. Ich kenne hier niemanden außer meinem Stoff-Gorilla Klaus. Ja, aber du weißt doch, Mom ging's hier im Urlaub so gut. Wir machen das jetzt erstmal ein Jahr zur Probe, hoffentlich hilft's ihr. Unser Haus in Hamburg ist nur untervermietet, ich vertrete hier meinen Freund Peter in dessen Praxis. Bitte Sam, wir müssen was tun nach dieser Kaufhaussache. Sie ist mitten im Kaufhaus ausgerastet, hat rumgebrüllt, die Polizei hat sie nach Hause gebracht. Manchmal schreit sie auch nachts. Ja, aber das ist nichts, das sind nur schlechte Träume. Wir hatten immer Kühe, unsere Familie. Und ich hab sie geliebt. Sie nannten mich sogar Iniana, das heißt Kälbchen. Meine absolute Lieblingskuh war Kanama. Bis zu dem Tag, an dem ich ihren Kopf in einem See von Blut fand. Da war meine Stimme weg. Ich konnte nicht mal mehr schreien. Und hey, Mom geht mit Sam am Strand baden. Das hab ich mir so gewünscht. Also ich bade, sie kann nicht schwimmen. Aber das ist so super, ich hab echt nicht damit gerechnet, dass sie's macht. Und dann sehen sie zu zweit, wie so ein Dicker sich unterm Handtuch die Badehose umzieht und Mama fängt gnadenlos an zu lachen. Ha ha ha, Mr. Qualis Striptease. Sie lacht, das ist der beste Tag seit langem. Dann fängt die Schule an. Und Sam ist nicht der einzige Neue. Wow, Anna fällt noch mehr auf als ich und das will echt schon was heißen. Und wir sitzen nebeneinander, okay. Ihn behandeln die anderen eher nice. Anna wird angeglotzt und zwar wegen ihrer Mutter, die als Hexe gilt. Sie kommt mir vor wie eine Insel. Und bei der KlassensprecherInnenwahl sagt die bitchige Nadine, 13 Stimmen für mich und eine für Anna? Wieso hatten die so gut abgeschnitten? Aber ach so, da hat sie sich wahrscheinlich selber gewählt. Alle lachen hämisch, sodass Sam sagt, ich hab sie gewählt und jetzt ist Ruhe. Und sie sagt, Nadine, doch nicht jeder in deinem Fanclub, ha? Wieso hast du für mich gelogen? Äh, aus Fairness. Aha. Und woher weißt du, dass ich gelogen hab? Na, weil ich mich natürlich selber gewählt hab. Und dann war mein Vater nicht mehr da. Mitten in der Nacht weckt mich meine Mutter. Schnell, wir müssen weg! Überall Schreie, brüllende Kühe. Jetzt! Und wir laufen. Eine Nachbarin versteckt uns in ihrem Küchenhaus, bis irgendwann das Morden vorbei ist. Unser Haus ist zerstört. Unsere Kühe sind tot. Papa ist ermordet. Wir gehen in die Stadt. Ich putze jetzt für ein weißes Ehepaar. Sam macht einen kleinen Ausflug ins Watt. Ja, da hinten ist dieses spannende Hühnengrab. Und das ist zufällig ganz in der Nähe von Annas Haus. Und wie es der Zufall will, trifft er sie dann auch am Strand mit einem Hund und sagt sinnigerweise, ist das dein Hund? Ja, Jona ist uns zugelaufen. Und dann fängt er an zu buddeln und buddelt so einen Stein aus. Und den liest der Sam dann auf und zeigt ihn ihr. Und sie sagt, wow, ein Herzstein, der ist aber schön. Davon haben wir zu Hause eine ganze Sammlung. Soll ich dir mal meine Herzsteinsammlung zeigen? Und er so, ja, echt gern. Und er geht mit ihr nach Hause und sie unterhalten sich echt gut. Und er erfährt einiges über sie, weshalb er dann seinem Dad erzählt, du Annas Mutter ist Heilerin. Und der Schulmediziner sagt natürlich, so ein Quatsch, das ist alles nur Geldmacherei. Nee, also viel Geld haben die, glaube ich, nicht. Aber sie hilft Leuten mit positiver Energie. Das könnte Mom auch echt gut gebrauchen. Lass Fee da raus! Er ist mit seinem Job hier ziemlich unglücklich. Und Mom löst ständig wie besessen Sudokus. Wenigstens gibt's Anna. Und mit der kommt er jetzt zusammen. Knutsch! Wow! Sie allerdings will die Sache erstmal noch in der Schule geheim halten, weil sie ja sowieso schon ständig gemobbt wird. Sie erzählen sich viel. Es geht meiner Mutter echt nicht gut. Ja, und meine Mom nervt ständig, weil sie ständig umziehen will. Und da ist sie auch schon. Sag mal, Anna, spinnst du? Die Ziegen sind doch nicht gemolken. Denen platzt das Euter. Shit! Hallo, ich bin Helen, Annas Mutter. Du musst Sam sein. Willkommen im Hexenhaus. Die Frau, bei der meine Mutter geputzt hat, hat mich unterrichtet. Später durfte ich auf ein Gymnasium. Irgendwann habe ich dann verstanden, dass ich eine von denen war. Ungeziefer für die anderen. Einmal wäre ich auf dem Schulweg fast vergewaltigt worden. Natürlich gab es auch Alltag. Meine Schwester hat geheiratet. Hey, herzlichen Glückwunsch! Ich fand Muniemana total süß. Und ich habe es sogar als Au-pair nach London geschafft. Aber ich war wieder in Kigali, als es wieder losging, das Morden. Alle meine Lieben wurden umgebracht. Die verstümmelten Leichen in den Straßen. Ich bin in Panik geflohen. Ohne meine Mutter, ohne meine Schwestern. Einfach nur weg. Und ich habe es nach England geschafft. Auf Sylt ist Sturm. Wow, das war total schön mit Anna im Orkan. Aber dann alarmiert ihn sein Dad. Mum ist weg. Sie war schon heute Mittag am Strand spazieren. Und sie kann doch nicht schwimmen. Und die Polizei kann ihnen erstmal nicht helfen. Aber immerhin reden sie in dieser Notsituation mal ernsthaft miteinander. Dad, was ist eigentlich mit Mum? Ist sie krank oder was? Ja, vielleicht. Auf jeden Fall tief verletzt. Ja, aber warum denn? Was ist denn in Afrika passiert? Sie hat nie mit mir drüber gesprochen. Aber in Ruanda gab es 1994 einen Völkermord. Eine Million Tote in 100 Tagen. Sie konnte wohl kurz nach dem Beginn noch fliehen nach London. Und da habt ihr euch kennengelernt? Ja, ich war auf einer Konferenz in London. Und in dem Hotel, in dem ich gewohnt habe, hat sie als Zimmermädchen gearbeitet. Ihr Lächeln hat mich wie der Blitz getroffen. Und irgendwann bringt niemand anderes als Helen Fee nach Hause. Und er so, Gott sei Dank, komm erstmal mit rein. Und Sam fragt sie, sag mal, wo hast du sie denn gefunden? War sie verwirrt oder was? Und die so, nee, nee, wir sind uns schon heute Mittag begegnet. Wir haben uns den ganzen Nachmittag unterhalten. Was? Warum habt ihr uns denn nicht Bescheid gesagt? Das ist Sache von deiner Mutter. Und die sagt jetzt wirklich was Entscheidendes. Ich muss nach Ruanda. Ja gut, dann fliegen wir in den Osterferien. Nein, nicht wir. Ich. Und so passiert's. Sie fliegt allein nach Ruanda. Ein halbes Jahr lang sind Sam und sein Dad auf sich allein gestellt. Nee, das stimmt nicht. Ich hab ja Anna. Bei der durfte ich jetzt sogar übernachten. Ich hab noch was für dich, wenn du morgen mit deinem Dad nach Ruanda fliegst. Und er liest Tagebuch für Anna von Sam. Dankeschön. Nach einem langen Flug sehen sie Mum endlich wieder. Hey Mum, hey, gut siehst du aus. Und ganz anders. Aber gut, dann fahren wir doch erstmal ins Hotel, oder? Ja, aber ich bleibe dann nicht bei euch. Und er so, ja, okay. Kigali ist ein Kulturschock für Sam. Boah, diese irrevollen Straßen, die Bettler, überall Motorrad-Taxis. Und sie erklärt ihnen dann, ich wohne bei Mama Moniemana. Die kenne ich von früher. Hallo. Und das ist ihr Enkel Jean-Claude. Dad sagt herzlich wenig. Mum ist auch nicht gerade freundlich zu ihm. Und ihrem Sohn erklärt sie dann, ich arbeite hier in einem Waisenhaus. Das sind die Kids. Warum sind die denn alle hier im Waisenhaus? Ja, die meisten sind Aids-Waisen. Und warum nennen sie dich Mama Jean-Claude? Hey, du bist mein Sohn. Okay? Dann geht die kleine deutsche Familie zusammen essen. Aber eine Versöhnung ist nicht in Sicht. Dad so, hey, du hättest hier doch wenigstens mal eine Wohnung mit Strom und fließend Wasser nehmen können. Hey, Mama Moniemana braucht mich. Ich bin raus. Ich kann das nicht ertragen, wenn meine Eltern sich streiten. Und mit Jean-Claude geht er dann in einen Club und stellt fest, wow, das nenne ich Tanzen. Am nächsten Tag ist sein Vater weg auf Gorilla-Safari im Dschungel. Etwas später zeigt ihm Jean-Claude dann einen großen Markt. Ich habe hier eine Hose für zwei Euro gekauft. Dann allerdings holt er seine Digitalkamera raus. Und macht ein paar Fotos. Und plötzlich, bang, wird er verkloppt und seine Digitalkamera wird ihm abgenommen. Was machst du, wenn man einen Moment nicht auf dich aufpasst? Aber ich habe doch nur... Das ist so Basungu. Was ist das? Basungu. Das sind die Reichen und die Weißen, die alle ausbeuten. Du kannst doch nicht deren Mutter fotografieren und dann auch noch ohne zu fragen. Wow, das war echt dumm von mir. Mit Jean-Claude geht er auch zur Gedenkstätte Gisuzzi, mitten in der Stadt, in Kigali, wo 250.000 Opfer des Völkermords begraben sind. Und ja, unter anderem auch meine Oma und meine Tanten. Eine gelbe Lilie blüht zwischen den Betonplatten. Und er denkt sich, wow, ich bin Erbe von zwei Völkermorden. Hier und in Deutschland die Shoah, der Holocaust. Das ist zu viel. Und er beginnt sich echt mit der Geschichte von Ruanda und seiner eigenen Geschichte damit auch auseinanderzusetzen. Und dann hat er eine Idee. Hey Mom, ich bring dir das Schwimmen bei. Und zwar im Hotelpool. Und sie macht es echt mit und kann es auch nach einer Weile echt gut. Super, im Sommer schwimmen wir im Meer. Sam, ich fliege nicht mit euch zurück. Ich muss hierbleiben, etwas gut machen, dass ich meine Familie verlassen habe. Und jetzt beginnt er ein bisschen zu verstehen. Aber es ist verdammt hart. Tja, und dann fahren sie in das Dorf ihrer Kindheit zurück, obwohl ich da jetzt eigentlich gar keine Familie mehr habe. Und trotzdem werden sie total als Familienmitglieder aufgenommen. Ein entfernter Onkel von ihm schenkt ihm eine Kuh. Damit bist du ein reicher Mann. Und er so, wow, das muss ich gleich ins Tagebuch für Anna schreiben, wo er alles festhält. Und der Rest ist schnell erzählt. Tja, wir trennen uns. Ich muss hierbleiben. Und ich darf wenigstens das Haus von Mama Muniemana vor dem Abriss retten mit ein bisschen Geld. Und ich ziehe zurück nach Hamburg. Ja, aber ich will nicht von Anna weg. Ich bleibe auf Sylt. Ich frage Peter, ob ich bei ihm wohnen kann. Ich vermisse dich jetzt schon. Ach Mom. Ende. Das war jetzt alles sehr schnell erzählt. Was in Mom so vorgeht und in Sam, könnt ihr aus dieser To-Go-Version nur erahnen. Deshalb bitte lest das Buch. Es ist toll. Und das, liebe Gemeinde, war Herzsteine von Hanna Jansen. Vielen Dank.